Untertitelung des ZDF für funk, 2017 UNICEF, die Nelson Mandela Stiftung und die Hamburger Gesellschaft haben die Kampagne ins Leben gerufen, um Kinder in zunächst sechs Ländern in die Schule zu bringen. Vor allem die ärmsten Kinder und Waisen sollen eine Chance auf Bildung bekommen. In den Ländern südlich der Sahara geht nur jedes zweite Kind zur Schule. Besonders auf dem Land sind die Schulen oft überfüllt und schlecht ausgestattet. Die Lernsituation ist katastrophal. Viele brechen die Schule vorzeitig ab. Manche der Klassenräume waren wirklich überfüllt. Das hatte einen negativen Effekt auf den Lernprozess der Kinder und war schlecht für die Qualität des Unterrichts. Wenn es überhaupt Klassenräume gibt. Hier in Cuito, im Landesinneren von Angola, unterrichtet die Lehrerin die Kinder im Freien. Nach 30 Jahren Bürgerkrieg sind weite Teile des Landes zerstört. Oft bringen die Kinder sogar ihre eigenen Stühle mit. Zwischen den Trümmern und in den Ruinen alter Schulen müssen die Lehrer mit einfachsten Mitteln auskommen. Wir haben keine Möbel, keine Pulte, keine Toiletten. Und wie man sehen kann, hat die Schule keine Fenster und keine Türen. Viele Kinder in Afrika haben einen weiten Schulweg. Oft sind sie Stunden unterwegs. Viele von ihnen barfuß. Gerade in der Regenzeit können viele Kinder ihre Schulen nicht mehr erreichen. Auch Mukandja Senge hat einen langen Schulweg. Die Achtjährige schlägt sich allein mit ihren beiden Geschwistern durch. Ihre Eltern starben vor drei Jahren. Die drei Kinder leben in ärmlichsten Verhältnissen. Das Dach ihrer Hütte ist undicht. Die Küche besteht aus einer einfachen Kochstelle. Im kleinen Garten bauen die Kinder Süßkartoffeln und Bohnen an, um sich ernähren zu können. Die älteste, Nia Ramana, sorgt für die beiden Jüngeren, damit sie zur Schule gehen können. Ich glaube, es ist wichtig, dass die beiden zur Schule gehen, damit sie es später einmal besser haben können. Nur Bildung bietet den Kindern eine Chance, den Kreislauf aus Armut, Hunger und Chancenlosigkeit zu durchbrechen. Dafür brauchen sie Schulen, in denen sie sich wohlfühlen und für die sie den langen Weg in Kauf nehmen. Auch Leandro Bandera aus Angola wünscht sich eine richtige Schule. Eine perfekte Schule wäre für mich eine mit richtigen Fenstern, Türen und Tischen. Es gäbe Elektrizität und eine Vase mit Blumen in meiner Klasse. Unicef unterstützt den Bau und die Instandsetzung von Schulen, vor allem in entlegenen Gegenden, dort, wo Kinder bislang gar nicht zur Schule gehen konnten. Die nächste Schule, die fertig wird, ist in Kigeo in Ruanda. Eltern, aber auch bezahlte Bauarbeiter helfen mit, dass hier im neuen Schuljahr unterrichtet werden kann. Die Initiative Schulen für Afrika will die Schulen kindgerechter gestalten, damit mehr Kinder die Grundschule abschließen und damit sie wirklich etwas lernen. Dazu gehören neue Bänke und Tische, aber auch sanitäre Anlagen. Besonders wichtig sind separate Toiletten und Waschräume für die Mädchen. Ohne sanitäre Einrichtungen kamen Mädchen oft gar nicht mehr zur Schule, wenn sie das erste Mal ihre Periode bekommen hatten. Außerdem installiert Unicef Wassertanks und manchmal eigene Brunnen, damit sauberes Trinkwasser zur Verfügung steht. Ein zusätzlicher Anreiz, die Schule zu besuchen. Unicef unterstützt eigene Clubs der Kinder in den Schulen. Dort wird Solidarität geübt. Die Schüler sammeln kleine Beiträge für die Ärmsten ihrer Mitschüler, damit diese sich die Schuluniform und manchmal auch nur etwas zu essen leisten können. Im Tuseme-Club setzen sich Jugendliche im Theaterspiel mit Themen wie Aids oder Prostitution auseinander. Heute haben die Jugendlichen aus Kigeo ein Stück über Vergewaltigung gewählt. Ein Thema, das in der Region eine besonders große Rolle spielt. Schulen für Afrika. Ein Unicef-Programm, das aus Schulen einen Ort macht, zu dem Kinder gerne kommen und der ihnen eine Chance bietet. Jetzt, da die Klassenräume so komfortabel sind, können sie an der Schule bleiben und bessere Ergebnisse erzielen als vorher. Wir haben neue Klassenräume gebaut, wir haben die meisten saniert, damit die Kinder sich wohlfühlen, sich besser fühlen, wenn sie in der Schule sind. Und damit, wenn sie nach Hause kommen, sie sich wünschen, zurück zur Schule zu können. Schulen für Afrika. Das Unicef-Projekt macht Mut, dass sich mit unserer Hilfe die Lebensumstände für Kinder in Afrika nachhaltig verbessern können. Es gibt keine bessere Investition in die Entwicklung. Jede Spende bewirkt hier eine große Veränderung. Schon 5 Euro reichen für Stifte, Hefte und weiteres Schulmaterial für einen Schüler. Jeder Beitrag ermöglicht Kindern wie Mukandja Senge eine Chance auf eine bessere Zukunft. Untertitelung des ZDF, Hefte und weiteres Schulmaterial für Kinder in Afrika.